Ja, hallo, da bin ich wieder. Ich schaue mir jetzt die Mask-Singer an. Mit dem V-Deck habe ich heute schon gespielt, Toy Story 2. Echt coole Sache, ja. Jetzt die Mask-Singers. Ich habe mir schon die österreichische Version angeschaut, heute zum ersten Mal. Die deutschen Version. Man sieht hier im Hintergrund das Küken. Es läuft gerade schon voll. Ja, ich bin schon gespannt, was noch für Figuren kommen. Ich kenne die deutsche Sendung noch nicht. Schaue sie heute zum ersten Mal an. Ja, also, wenn euch die Mask-Singers gefallen, Daumen nach oben. Gefällt mir. Abonniert meinen Kanal. Ja, also, ich werde sie, die Spielsoft Pro 7, ich werde sie jetzt fertig anschauen, die Mask-Singers. Hier das Küken mit den Riesen-Augen. Ja, also dann. Bis dann. Gut dann. Tschüss. Tschüss.